– Ready? – Ja. – Salut Philipp. – Salut Thomas. – Philipp Dubs, Foto Mundo. Ich habe wissen, was Mundo heisst. Heisst World, also Welt. – Genau, das ist richtig. – Und du bist 44. – Mhm. – Hast Elektromonteur gelernt. – Genau. – Und bist dann ziemlich lange in der Fotoszene, wie sagt man denn? Da waren die technischen Szenen unterwegs? Oder warst du irgendeiner Techniker bei Minolta? – Das ist richtig. – Hast du die Kameras repariert? – Genau, dort habe ich die Kameras repariert. Also wirklich die Kameras auseinandergenommen, die kaputten Teile ausbauen, das ganze Teil wieder rein und die Kameras zusammenbauen. – Das war schon digital damals? – Nein, bei mir war es noch analog. Also ich habe wirklich noch analoge Kameras repariert. – Und wie kommt man jetzt vom Elektromonteur zum Kameratechniker? Ist das eben über das Hobby? Fotografie? Oder war das irgendein Zufallsjob? – Das war wirklich über das Hobby, das ich hatte. Fotografie, was im Grunde immer noch ist. Und ich habe damals mal die Kurse bei Minolta besucht. Und dann hat sich das so irgendwie ergeben, dass ich dann die Stelle gesehen habe und fand, ja, da würde ich mich jetzt bewerben. – Sieht man denn die Fotografie anders, wenn man weiss, wie es genau funktioniert hinten durch? Ich glaube, beim Film war es noch nicht so kompliziert wie heute mit digital. – Ich weiss nicht, ob man es anders sieht. Aber was sicher anders ist, ich gehe sicher anders mit den Geräten um. Also das ist wirklich einfach so ein bisschen… Für mich ist es ein Werkzeug und wenn es halt irgendwo einen Kräbel gibt, dann hat es halt einen Kräbel und dann ist es einfach so. – Und mit dem Kräbel aussen dran spielt es ja keine Rolle, das ist klar. – Genau. Ich weiss natürlich, wie ich mit Objektiven umgehen kann. Also das Ganze so heikel ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied. – Es ist überhaupt nicht heikel, also das Zeug. Ich glaube, wenn es runterkommt, ist es vielleicht nicht so gut. – Ja, wenn es runterkommt, ist es nie gut. – Aber so auf Kratzen draussen, wenn es nicht gut auf dem Display und auf dem Objektiv ist, ist es echt kein Problem. – Genau, also solange es nicht auf den Linsen ist, ist es nicht so tragisch. Alles, was ausser dran Plastik oder Metallgehäuse ist, spielt es überhaupt keine Rolle. – Ja, dann noch ein Jahr Sachbearbeiter in einem Fotofachlabor. Hast du auch noch entwickelt dort oder nur? – Nein, ich war dort wirklich für den Filmverkäufen zuständig, also für den Filmeinkauf und für den Verkauf. Das hat mir sehr viel geholfen, weil das habe ich die ganzen Fotografen kennengelernt. – Networking, ja. – Genau, sehr spannend. Und ja, dann ist es dann nachher eben weitergegangen mit dem Assistieren. – Ich wollte gerade fragen, wie hast du den Sprung geschafft von einer Welt, die ausstirbt, also analoge Fotografie, Film, zu einem Fotoassistent und Digital Operator? Digital Operator, was ist das? – Ja, genau. – Und der Informatik ist der Operator der, der das grosse Computersystem bedient hat. – Das ist am Anfang, als das ganze Digitalen aufgekommen ist, ist das natürlich auch immer die Frage gewesen, wie tut man das bedienen, was muss man schauen. Es hat dort natürlich unheimlich viele Schwierigkeiten gegeben, mit Verbindung von Kamera zu Computer, Software, die zum Teil abgestürzt ist. – Ja. – Um 20. – Also ich bin wirklich dann bei den Fotografen mich gemeldet, den ich kennengelernt habe. – Ich habe dann als Glück quasi zwei Jahre lang bei Thomas de Monaco assistiert, also regelmässig. – Ja. – Und bei ihm habe ich dann das eigentlich erklärt mit dem Digital Operator. Und ich war dann eigentlich einfach zuständig für die Kamera und den Computer. Und dann habe ich auf Location den Fotografen dann auch gesagt, was müssen wir einstellen, was müssen wir schauen. Also es ist einfach dann alles ein bisschen verändert natürlich, was früher noch zu den analogen Zeiten, wo man noch mit dem Beleichtungsmesser gearbeitet hat. – Also hast du theoretisch in der Praxis eine Art eine Fotografieausbildung gemacht? Weil du hast auch keine Fotolehr gemacht, oder? – Das ist korrekt. Also meine sieben Jahre Assistentenzeit, das war meine Lehrzeit. – Ja, aber du hast mich so viel gelernt wie vielen anderen. – Das ist richtig, ich habe unheimlich viel gelernt. Also es war eine super Zeit, ich möchte sie auch nicht missen. – Ja. – Ich bin auch ein bisschen in der Weltgeschichte rumgekommen, also das ist natürlich immer spannender. Ich durfte an Orte, wo man sonst nicht einfach hinkommt. Also das sind einfach die, ich sage jetzt mal die schönen Seiten von unserem Beruf, Fotograf. – Ist dann dort auch deine Leidenschaft fürs Reisen entstanden? Also du bist eigentlich Landschaftsfotograf, du machst Reportagefotograf, du machst Reportagefotografie und du hast aber auch das Geschäft Fotomundo. – Das ist eine Firma, genau. – Eine Firma, die Fotireisen, Fotivokes und Fotokurse anbietet. – Genau, das ist richtig. – Und wir reden heute über Fotireisen. Ist die Reisen vorher schon zusammen mit der Fotografie eine Passion gewesen oder ist das erst durch das Fotografieren noch etwas verstärkt worden? – Ja, es ist sicher durch das Fotografieren verstärkt worden. Ich war natürlich gerne unterwegs, oder bis immer noch mit der Kamera. Und ja, so ist dann das Ganze entstanden und ich habe irgendwie auch… Also mir macht es unheimlich Freude, auch den Leuten etwas mitzugeben. – Mhm, ja. – Den Leuten etwas zu zeigen, mein Wissen weitervermitteln, das ich habe. Und ich glaube, ich habe doch eine grosse Erfahrung. – Ja klar, das sieht man auch in den Geschichten. – Ähm, was Licht und Bildgestaltung jetzt betrifft. Also das ist einfach das, was ich gerne weitergebe. – Ja, das Stichwort heute Fotireisen. Du schreibst auf deiner Website, lass dich an die Hand nehmen, wenn du dich auf den Weg in die faszinierende Welt der Fotografie machst. Also du versuchst, Leute mitzunehmen. – Okay, Fotografie ist ja etwas, was man alleine macht, aber es ist sicher etwas, was jeder mal alleine ausprobiert und mal irgendwie versucht, da irgendwo hinzukommen. Und auf einer Fotireise kannst du die Reise entweder selber organisieren, oder du kannst einen Anbieter suchen, so wie dich, der dann im Prinzip sehr viel rundherum schon geplant und mich als Kunde dann mitnimmt. – Was, äh, ja, was ist, äh, wie soll ich sagen, was ist die Motivation? Also für dich ist es klar, du musst gerne weiter, du musst gerne reisen, du musst gerne Kunden betreuen oder dorthin bringen. – Genau. – Sind alle Leute, die zu dir kommen, dann auch so, wie soll ich sagen, ja, beratungsbedürftig, das Gegenteil von Beratungsresistenten. Weil ich bin ja, ich bin ja noch nie auf einer Fotireise gewesen geführt, ich bin immer selber gegangen. Ich habe auch schon probiert, ich habe schon gedacht, ich könnte auch solche Sachen selber anbieten, aber ich habe dann gedacht, ja, aber dann musst du nachher dich um die Leute kümmern und so. Es ist ja schon noch eine spezielle Aufgabe, Leute mitzunehmen. Und die, ja, es braucht schon relativ viel Betreuung oder nicht? – Das ist unterschiedlich, also es gibt sicher Menschen, die mehr Betreuung brauchen, die auch viele Fragen haben, was auch schön und gut ist, die zum Teil auch immer wieder die gleichen Fragen stellen. Dann musst du dich einfach immer wieder mit genau gleicher Geduld, das ist auch meine grosse Stärke, die ich habe, einfach immer wieder eine Antwort geben, mag ich sie immer wieder gleich, dann versuche ich sie mal für eine andere Art zu geben. Versuchst du natürlich auch herauszufinden, wie sie es verstehen können, damit sie die Fragen, die sie haben, dann auch verstanden haben, das im Grunde noch nicht mehr fragen müssen. Wie gesagt, bei den einen geht es länger, bei den anderen ist es relativ schnell klar, worum es geht. Und das ist einfach so ein wenig, ja, muss ich sagen, die Menschen, die einen brauchen mehr, die anderen weniger. Und mir macht es einfach Spass, den Leuten etwas zu zeigen und sie mitzunehmen natürlich. Ja klar, weil es ist ja eigentlich im Prinzip ein Fotokurs, der einfach irgendwann stattfindet. Es ist eigentlich das gleiche wie in einem Workshop, wo den Leuten etwas zeigst und auf einer Reise hast du einfach noch den Vorteil, dass du irgendwo an einem anderen Ort bist und denen vor Ort neue Sachen beibringen kannst. Ja, also der Unterschied natürlich von Fotireisen zu Fotokurs gibt es scheinbar in einem Fotireisen, da führst die Leute an die gute Location und natürlich zur richtigen Zeit. Das sind nicht im Grunde noch die ganze Zeit, was man selber herausfindet. Das ist eigentlich so das, was der Unterschied ist von Fotireisen zu Fotokursen. Und im Fotokurs, dort hast du ganz grönen Theoretail, dann tust du auch fotografieren, dann tust du die Sachen vor Ort zeigen, wie es funktioniert und dann tust du auch die Bilder anschauen und besprechen. Also es war gut, wo gibt es Optimierungsbedarf. Und das kommt auf einer Fotireise eher selten vor. Okay. Weil auf einer Fotireise da willst du auch fotografieren. Also es werden eigentlich selten Bilder angeschaut, ausser das Wetter ist dermaßen unangenehm. Obwohl, ich bin gerne auch einer, der beim grössten Regen ausgeht, weil es gibt die spannendsten Bilder. Ja, und es gibt die Bilder, die du nicht so häufig siehst, weil alle zuhause bleiben. Das ist richtig, das kommt noch dazu, genau. Also das ist schon das. Es gab jetzt auch wieder einen Kurs im Engadin und wir sind im grössten Schneetrieb, bis ich mich raus habe fotografieren. Ja, also kannst du auch nicht viel anderes machen. Irgendwann kommst du dann einfach raus, wenn das Wetter richtig schlecht ist. Genau. Und dann musst du ja immer noch Plan B haben, nehme ich an, wenn du eine Reise organisierst. Weil die Leute wollen ja etwas erleben, die kommen dann zu dir zum... Ja, die denken, wenn ja gut, das regnet heute, was machen wir. Und dann hast du, gut, Plan B. Rausen gehen fotografieren. Ja, aber es ist schon noch, ich finde es schon noch beeindruckend, eben Fotoreisen. Weil das ist... Ich stelle mir immer vor, die Leute kommen, haben eine Menge Geld gezahlt und wollen dann möglichst viel profitieren. Und du bist dann der, der das liefern muss. Aber du bist ja auch gut vorbereitet. Wie tust du dich auf einer Reise vorbereiten? Ja, das ist ein relativ grosser Aufwand. Also, zuerst mal machst du dir Gedanken, wo willst du überhaupt hin? Ich kann doch schnell irgendwo hier... Also, das ist zum Beispiel in Amsterdam. Jawohl. Und dann machst du dir einfach Gedanken, wo willst du hin? Dann schaust du mal im Internet, wo gibt es Möglichkeiten, wo du fotografieren kannst. Suchst nach Bildern, die es schon gibt. Suchst nach Bildern, die es schon gibt. Wenn die Leute eigentlich die Bilder fotografieren, die es schon gibt. Und tust du die Leute einfach dort hinführen und sagen, sie gehen hier hin, stellen das und das ein, drücken ab. Oder gehst du mit den Leuten so ein wenig auf verschiedene Orte und sie müssen selber ein wenig sehen, was sie fotografieren sollen. Also, willst du eigentlich mehr so ein wenig Entwicklungshilfe leisten, dass sie selber etwas machen können? Oder geht es einfach darum, dass alle möglichst ein gutes Bild haben und du sagst, wie sie es machen müssen? Sie sollen möglichst frei fotografieren. Können das alle? Ähm... Ja und nein. Also, es gibt sicher Leute, die Unterstützung brauchten, was sie jetzt fotografieren sollen. Kommt aber relativ selten davon. Muss ich sagen. Es kommt aber auch ein wenig auf den Kursleitenden-Fase. Ich habe schon andere Gruppen gesehen, die alle am gleichen Ort gestanden sind. Gibt es bei mir auch natürlich. An gewissen Orten habe ich natürlich auch gewisse Motive, wo ich finde, dass ich möchte, dass sie diese mitnehmen. Und dann stehen wir alle schön in einer Reihe. Und wir machen alles gleich. Also vor allem, wenn es dann so richtig blau in der Nachtaufnahme geht, wo ich weiss, dass die Leute einfach auch Unterstützung brauchen und hilft. Dann denke ich ganz klar, was man einstellen muss. Aber an anderen Orten, wie zum Beispiel in Amstetten, wenn wir unterwegs sind, dann gibt es einfach immer einen Punkt. Und von dort aus können die Leute fotografieren und man trifft sich dort dann auch wieder. Und ich schaue, dass ich einfach immer so meine Runde machen kann und zu den Leuten gehe und gehe und schaue, was sie am machen sind. Frage ist alles ok. Also das mache ich auch auf einer Fotoreise, wie im Kurs, damit ich einfach darauf weiss, dass die Leute mit guten Bildern nach Hause kommen. Ja, aber das Ziel ist schon, dass möglichst viele gute Bilder nach Hause bringen, etwas lernen und theoretisch das nächste Mal selber können. Genau. Also das ist schon das Ziel, dass wenn sie in einem Kurs gewesen sind, dass sie im Grunde nachher auch selbstständig machen können. Das ist eigentlich immer das Ziel. Ich war jetzt in Amsterdam, aber ich habe das nicht gesehen. Aber ich bin ein Zweitfotograf von dem her. Kann das ein bisschen ausserhalb sein? Ja, es ist ein bisschen ausserhalb, ja. Aber nicht weit eigentlich. Ich sage jetzt mal vom Rotlichtviertel. Ähm. Ja. Ich weiss, jetzt habe ich die Frage von wo aus, dass man schaut. Also wenn man vom Fluss her schaut, dann links. Ok. Gut. Das hingegen kommt mir bekannt vor. Haben wir noch Amsterdam? Genau. Aber ich bin jetzt sicher, weil der Fluss ist relativ breit. Das ist eigentlich gerade gegenüber vom Bahnhof. Sozusagen. Ah, jawohl. Aber frage mich nicht, das ist irgendeine Kirche, aber keine Ahnung wie sie heisst. Ja, jetzt hier zweimal Langzeitbelichtung. Genau. Ich denke, das ist sowieso. Also was hast du so für Themen? Hast du etwa, gehst du in eine Stadt, fotografieren und sagst, wir machen Langzeit, blaue Stunde, Nacht. Hast du ganz viele verschiedene Themen, die du abdeckst? Oder machst du spezifisch auf ein Thema, also fotografisches Thema eine Reise? Das überlasse ich den Leuten. Ok. Du kannst den Leuten sagen, nehmen wir dir irgendwie das mit, was sie wollen. Und wenn du aber jetzt da bist, dann will die Hälfte Langzeit machen und die andere Hälfte geht um irgendetwas anderes. Das ist richtig. Zum Beispiel, ja genau. Also soll jeder seinen eigenen Stil auch entwickeln. Wo? Ja. Und nach seinem Stil, also mit seinem Stil fotografieren. Mein Stil, wie du vielleicht gemerkt hast, sehr viel Schwarz-Weiss im Quadrat. Ja. Mit Langzeitbelichtung ist auch ein grosses Projekt von mir selber. Wo ich unterdessen noch weiterführe. Das heisst, nur noch 50 Millimeter Vollformat. Mhm. Also wäre dann bei meiner Fujis 35 Millimeter. Mhm. Um mich selber, sag ich jetzt mal, noch weiter zu entwickeln. Oder meinen eigenen Stil noch mehr zu finden. Ja. Aber ich überlasse immer den Leuten, wenn sie natürlich etwas machen wollen, wo sie meine Hilfe brauchen, zum Beispiel Langzeitbelichtung, dann unterstütze ich sie und mache das mit ihnen. Ich habe zum Teil auch viel dafür dabei. Ich würde sagen, da wird sicher sehr viele Quippen mitgeschleppt. Genau. Genau. Aber in der Regel, also wenn es jemand zum ersten Mal machen will, dann empfehle ich dann eigentlich einen entsprechenden Kurs zuerst zu besuchen. Weil das doch ein relativ grosses oder umfangreiches Thema ist, Langzeitbelichtung. Ja, weil du kannst ja nicht die ganze Zeit bei einem nebenzustand die ganze Langzeitbelichtung erklären. Genau. Genau. Ja. Vor allem geht es relativ lang, bis das Resultat gewesen ist und wenn es schlecht ist, alles Neues machen und so ist dann… Das kommt dazu. Und das andere ist, wenn es irgendwie Apfer hat oder sonst irgendetwas, dann haben es die anderen Bilder nicht, die sie eigentlich fotografieren wollen, weil das doch unheimlich viel Zeit braucht. Die Aufnahme kann dann schnell mal eine Viertelstunde gehen. Ja. Aber mit dem Einrichten alles zusammen ist man dann schnell mal mit einem Motive eine halbe Stunde bis eine Stunde. Aber ich finde es ist eine ganz entspannte Art von Fotografieren. Ja sehr. Sehr. Ich weiss mal, ich habe das erste Mal gemacht, das Sweetfotografier, dann habe ich mal so etwas probiert. Da habe ich gedacht, jetzt stehst du eine Viertelstunde, hast du ein Bild, wenn überhaupt, wenn es nicht gut ist, machst du dann eine Viertelstunde. Ist schon anders. Man muss sich einfach ein bisschen beschäftigen an dieser Zeit. Das ist richtig. Es war spannend, als wir in Amsterdam waren, haben wir auf der Recurreise auch Teilnehmer mitgenommen und Jens war auch dabei. Ja. Und ja, als wir dann wirklich bei einem anderen Gebäude vorher, da ist er dann mitgelaufen und er hat dann so ein bisschen zugeschaut und hat dann gedacht, das ist irgendwie nicht mein Ding, so lange im gleichen Notzeit. Er möchte Menschen darauf haben. Ja. Und ich habe gerne Architektur, ich finde die Gebäude spannend. Ja, natürlich. Ich finde es halt wasserspannend, wolkenspannend und darum finde ich das sehr angenehm. Eben wie du sagst, es ist eine sehr entspannte, entschleunende Fotografie und ich muss sagen, mir tut das zum Teil recht gut zum hektischen Alltag, den ich doch manchmal auch habe. Dann hast du dich vorbereitet. Du gehst vorher mal in die Stadt, bevor du einen Kurs anbietest oder einen Reise anbietest. Du machst keine Reise, ohne dass du schon mal hier warst. Das ist richtig, genau. Wenn ich eine Reise mache, dann will ich es vorher gesehen haben. Wieviel sind total nehmen wir für eine Reise? Maximal sechs. Jawohl. Ausser in Neuseeland, dort haben wir acht. Jawohl. Das ist ja noch übersichtlich. Genau. Ja. Ja, immer noch Amsterdam. Genau. Das ist ja so ein typisches Amsterdam-Bild. Sind die Flüsse so breit oder bist du so nahe am Fluss, das man nicht mehr mehr sieht? Ich habe immer das Gefühl, die sind zu eng wie die Gerachten, aber vielleicht war ich dort nicht wie du. Ja, es gibt einen Teil der Gerachten, die sind sehr eng. Das ist richtig. Das ist jetzt eher ein breiterer. Und wenn man natürlich mit Weitwinkel arbeitet, dann wirkt er eh viel breiter. Wie wenn du den Standort objektiv drauf hast. Ja, aber eben so ein Bild ist, ich finde es sehr ansprechend. Vor allem so, eben so quadratisch-schwarz-weiss ist auch mein Ding. Da, aber kommen dann die Leute mit eigenen Ideen oder zeigst du den Leuten eigentlich die Bilder vorher, wie es jemanden aussehen könnte, wie sie sich vorstellen können? Oder sind sie dann eher beeinflusst und denken, du könnt genau das auch machen? Oh ja. Nein, ich versuche eigentlich meine Bilder möglichst nicht zu zeigen, damit sie eigene Ideen überkommen. Das Einzige, was sie sehen, wir machen immer so ein Arbeitsbuch, das sie bekommen. Vorher? Genau. Also es gibt natürlich auch, auf einer Fotoreise mache ich meistens eine kurze Einführung mit Torei, damit sie einfach wissen, wie was einstellen. Und dort drin gibt es Bilder. Ja. Es gibt Möglichkeiten, dass ich an diese Orte herangehe, aber es sind zum Teil Bilder drin, wo ich dann nachher gar nicht herangehe. Auch einfach aus dem einen Grund, weil ich will, dass sie ihre eigenen Bilder machen können. Ja. Und vor allem, es geht auch immer um den eigenen Stil. Auf was kommt es denn an, wenn ich selbst auf eine Fotoreise gehe und das Gefühl, ich kann das selbst organisieren? Oder wenn du eine Fotoreise organisierst, was ist für dich am wichtigsten? Du hast auf deiner Webseite eine Checkliste darauf. Genau. Die kann man ohne E-Mail-Adresse HG herunterladen. Das ist richtig. Das sollte eigentlich immer so sein. Dann gibt es Checkliste, Fototour, das PDF. Vorbereitung zu Hause. Wo möchte ich fotografieren? Genau. Also wohin sollte ich in die Ferien gehen? Oder was möchte ich? So ein bisschen Berge, Flüsse, Meer, Landschaft, Architektur, Stadt. Ja. Ja, das fährt sehr weit vorne an, klar. Man möchte herausfinden, wo möchte ich... Also zuerst wo und nachher was. Das ist richtig. Weil es könnte sein, ich möchte jetzt zum Beispiel Langzeitbelichtung machen. Wo könnte ich das machen? Oder ich gehe nach Berlin und möchte Langzeitbelichtung machen. Ja, das kann ich jetzt auch drauf an. Ja, also zwei Fragen kann ich natürlich auch tauschen. Kannst du auch tauschen? Aber ich glaube, es ist immer zuerst mal wichtig, wo will ich überhaupt fotografieren? Und dann... Oder eben, was will ich fotografieren? Es gehört für mich so ein bisschen beides zusammen. Und was macht, wenn er sagt, was möchte ich fotografieren? Ja, alles. Das ist so die Standardantwort, wo du jemanden fragst, wenn er eine Kamera kaufen will. Und du fragst, was willst du fotografieren? Ja, alles. Dann sage ich, die Kamera gibt es nicht. Denn diesen Ort gibt es ja wahrscheinlich auch nicht, um alles zu fotografieren. Das ist richtig. Also wir tun sie natürlich unterdessen auch unterscheiden zwischen... Ich sage jetzt mal bei einer Stadt oder... Landschaft ist klar. Aber wenn wir in die Städte gehen, dann gibt es die Städtenreise, also Städtenporträt sozusagen. Und es gibt Street-Reisenden. Bis zum Street-Reisen nimmst du kein Stativ mit. Du hast einfach die Kamera... Du bist relativ schlank unterwegs. Genau. Du bist extrem schlank unterwegs. Darum steht auch nur ein Objektiv. Denn mehr brauchst du ja nicht. Jawohl. Und bei einem Städtenporträt. Dort hast du natürlich so die Filter in die blauen Stunde und in der Nacht fotografieren. Ja. Und tagsüber mit Filtern. Also ich finde, es steht eh in der Nacht. Ja, ja. Oder in der blauen Stunde Nacht. Am spannendsten. Weil dann natürlich die Lichter gehen. Wer hat das Lichter? Dann kannst du Skyline, Cityscape sagen. Genau, Cityscape. Hat vielleicht ein Stück mit meinem Beruf zu tun, den ich gelernt habe als Elektromondeur. Und mich hat das Licht schon immer faszinierend. Dass man den Strom besser sieht. Ja. Und tags eben den Strom nicht unbedingt. Das ist richtig. Also hat vielleicht mit dem Zusammenhang mit dem zusammen, dass ich sehr gerne in die Städte gehe und fotografiere. Aber das ist so wirklich die Frage, finde ich ganz wichtig. Ja, aber ich finde es sehr gut. Wenn du überall eine gute Antwort hast, dann weisst du noch genau, was du mitnehmen musst, wohin du es willst, wann und wie und was. Genau. Zum Beispiel, wie komme ich zur Location, wenn du jetzt weisst, ich möchte jetzt irgendwie in Stockholm, Langzeitbedichtung von dem, ich weiss gar nicht, wie das Gebäude heisst. Oder zum Beispiel. Zwasagebäude zum Beispiel. Wie komme ich dort hin, wie lange muss ich laufen? Also gute Schuhe anlegen in der Stadt wahrscheinlich sowieso. Oder wie trage ich das Zeug alles rum? Kenne ich jemanden, der schon mal an diesem Ort war, wenn ich selber reise. Habe ich immer gemacht, Leute angeschrieben, die dort schon fotografiert haben. Die dort Locals. Ist nicht der Vorteil, wenn du ein bisschen bekannter bist, dann kennst du dich vielleicht und sagen sie ja klar, ich möchte gleich zusammen fotografieren. Aber auch sonst mal probieren, Leute anzuschreiben, ob sie auf einem Fotowog kommen. Weil sie können nur Nein sagen. Und so drei, vier Leute anschreiben, ist vielleicht ein Aufwand von viertel Stunde, halbe Stunde Zeit. Genau. Ein bisschen googeln, anschreiben. Und schon, sobald man jemanden vor Ort kennt, ist es schon zehnmal einfacher, zum Sachen zu finden. Das ist richtig. Wie machst du das? Machst du das? Ja, ich mache das zum Teil auch. Aber ich bin auch gerne jemanden, wo… Ich muss zuerst mal ins Land oder in eine Stadt reisen gehen. Ich schaue mir zwei Bilder an und dann muss ich sie zuerst mal wahrnehmen. Ja, das sind zwei verschiedene Aspekte. Du willst zuerst selber mal schauen, das mache ich natürlich schon auch. Aber es heisst schon nach ein, zwei Tage, je nachdem wie groß die Stadt ist. Ja, in einer Stadt heisst es eh noch drin. Aber z.B. in einer Landschaft, also… Ich gehe schon im Internet zu schauen, Bilder zu schauen, wo ist was, oder was gibt es für Möglichkeiten. Ich versuche zum Teil die Location oder die Motive. Aber manchmal finde ich auch, ist es viel spannender, wenn ich einfach, sagen wir mal blind gehe. Ohne Input? Ohne irgendetwas, ohne Input. Und z.B. das Land wahrnehmen. Oder einfach dort hinreisen. Z.B. das Ganze anschauen. Und dann gehe ich häufig wieder ins Hotelzimmer, und gehe ins Internet und schaue, was gibt es jetzt überhaupt da. Was habe ich nicht gesehen? Nein, nein, nicht einmal unbedingt, was habe ich gesehen, sondern wie haben es die anderen wahrgenommen, oder wie haben es auf den Bildern dargestellt. Und dann gehe ich dann eigentlich ein zweites Mal hin. Ist es dir schon mal passiert, dass du dann einmal gewesen bist, wo du dich nicht wohlgefühlt hast in einer Stadt, oder nichts gesehen hast? Ja, das gibt es immer wieder. Also wenn man keinen freien Kopf hat, dann funktioniert es einfach nicht. Aber würdest du nicht trotzdem eine Reise machen, wenn du das erste Mal da bist? Also ich war schon an einem Ort, ich war schon in New York, und bin nicht motiviert zu fotografieren, und habe nichts gesehen. Das ist dann natürlich übel, wenn man halt denkt, du bist in New York und so. Es ist nicht lustig, aber es ist einfach so passiert, noch ein paar Mal am gleichen Ort, und zu viel Reisen hast du dann irgendwann schon mal. Ja, also das habe ich früher noch mehr gehabt, als ich häufig ins Asgertal bin, da habe ich immer ein Büsschen gehabt, und dann, vor allem im Winter oder drinnen, geschlafen. Und dann dachte ich, ich gehe eine Woche runter, aber ich gehe Fotografieren, macht Spass, und es bringt Freude. Ausgestiegen, die Kammer vorgenommen, am Bach, ja, es ist irgendwie nicht so gelaufen, den Film beleichtert, und dann die Kammer auf die Seite gelegt, und einfach die Natur genossen. Aha, so. Und dann, wenn ich nach Hause kam, habe ich den Film angeschaut und vorgeriert. Also, das gibt es. Das gibt es schon, ja. Das gibt es. Und das gibt es auch heute noch. Also, dass ich durchaus auch, wenn ich zum Teil mit Teilnehmern unterwegs bin. Dann ist es sicher noch schwierig, wenn du mit Teilnehmern unterwegs bist. Wenn von dir ... Also, ich hatte das Problem, wenn ich auf der Strasse, mit einem Workshop, dann musst du auf Kommando irgendwelche Bilder machen, oder Sachen ziehen, um den Leuten zu zeigen, das könnt ihr jetzt hier fotografieren. Das habe ich immer sehr schwierig empfunden. Das ist richtig. Das ist auch schwierig. Da weiss ich aber unterdessen, da bin ich wirklich der Profi genug, dass ich weiss, auf was, dass ich schauen muss, wie ich mich einstellen kann, damit ich den Teilnehmern auch das entsprechende mitgeben kann. Dann gehst du am besten an, Locations, die relativ sicher oder einfach sind, zum Fotografieren, wo sie einfach schon mal irgendein Bild machen können und mitnehmen, damit zu klären. Genau. Ja, den Erfolgsfaktor oder das Erfolgserlebnis haben. Ja, ich finde das Erfolgserlebnis ist wichtig. Ich finde es auch wichtig, dass aus jedem Kurs oder auf jeder Reise mindestens ein Top-Bild haben. Ich bin aber da unterdessen auch so weit, dass ich sage, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Dann hat es einen Grund gehabt, dass es nicht klappt. Ja, natürlich. Klar, es ist doof, es ist blöd, da bin ich bei jedem dabei. Es ist ärgerlich, sagen wir es mal so. Wenn man die Möglichkeit hat, dann nochmal zu gehen, klar, bei mir ist natürlich der Vorteil, ich gehe immer wieder am gleichen Ort, als das, was ich diese Reise leite. Aber dann einfach nochmal gehen und sich einfach Gedanken machen und dann schauen, dass man es dann nochmal hinbringt. Ich finde, man soll nie irgendwie verrückt oder enttäuscht sein, wenn etwas nicht klappt. Ja, es ist vor allem sehr vielschichtig Gründe, wieso das nicht klappt. Es ist nicht irgendwie, du kannst nicht dem Wetter die Schuld geben oder irgendwie der Stadt, sondern es ist meistens bei dir selber. Es ist einfach nicht, ob du motiviert bist. Genau. Wir erzählen mal irgendwie, wir hatten eine schwere Situation bei einem Motiv, die für mich ein Hauptmotiv ist, weil das ist mit der Bahn, wo die Kurven noch bekommt, vom Beninapass. Das Wetter hat schon zu getan, es hat angefangen, zu winden, und ich wusste, wenn ich es von oben mache, hätte ich auf den Beninapass hoch müssen, das ist aber nicht ganz so spannend und da hat es noch mehr zu getan, weil da ist dann wirklich zu, mit den Wolken und unten. Wo wir dann gestanden sind, dort haben wir dann wirklich gegen Wind gehabt, also wir konnten nicht wahnsinnig viel machen. Ja. Ich hatte das Glück, ich habe die Schneebar angefangen zu bauen, ich habe warm bekommen. Sie haben dann angefangen sich zu bewegen und herumrennen, damit es warm bekommen. Wenn du einfach umstehst, dann ist es kalt. Und dann, wo es dann so weit war, haben wir relativ wenig Zeit gehabt, um das zu vorbereiten, weil wir wirklich aufgrund vom Gegenwind. Und zwei haben es super gut angebracht, und die anderen drei meinten, dass irgendwas mit der Kamera nicht gut war, was ich dann aber auch wie nicht gesehen habe, weil es auch schon dunkel war, ich habe nicht unbedingt grosses Licht anmachen, wegen der anderen. Und bei einigen ist auch irgendetwas mit dem Objektiv, ja, das kann es einfach mal geben, also dass man einfach irgendwie, ich sage jetzt mal entschuldigt, oder einfach überfordert ist mit der ganzen Situation, dann klappt etwas nicht. Aber ich finde, das soll nicht tragisch sein, man soll aus dem lernen. Ja, und wenn wir ein oder zwei gutes Bild anbringen, dann sehen wir die anderen auch, es wäre möglich. Genau. Und dann bist du ja auch wieder entlastet, wenn du sagen, die einen haben es geschafft, die anderen nicht, müssen halt vielleicht ein bisschen besser üben, ein bisschen besser vorbereiten. Aber wenn es natürlich so schlecht ist, dass du gar kein Bild anbringst, dann ist es frustrierend. Dann wäre es sehr frustrierend, das ist richtig, dann wäre es auch für mich frustrierend. Ja, logisch, aber das kannst du ja auch nicht beeinflussen, weil das Wetter ist und das, das wir am wenigsten beeinflussen können, und das wahrscheinlich am meisten Einfluss macht in der Landschaftsfotografie. Das ist richtig, ja klar. Aber das müsst ihr auch verstehen, wo mitkommen. Genau. Ja, also da hat es ganz viele verschiedene Fragen auf der Checkliste. Genau. Dann noch zur Ausrüstung. Sind alle Akkus geladen? Ja, das ist doch noch wichtig. Ist eine Speicherkarte drin? Ich sage auch mit den Leuten, wenn ihr bevor es geht, machen das Bild von eurer Haustüre, wenn ihr rausgeht. Wenn ihr das Bild hierherbringt, dann habt ihr schonmal Platz auf der Speicherkarte und einen Akku, also alles, was drin ist. Das ist auch noch eine gute Idee. Ich mache es zwar selber auch nie. Aber eben die Leute vergessen manchmal die jasten Sachen, wie kein Akku drin oder keine Speicherkarte drin, also es ist voll. Ja, aber du, gell. Also das Beste, was mir passiert ist im Job. Ich erzähle natürlich immer etwas von meiner Checkliste. Dann kommen sie auch immer vor der Reise. Und vor einem Kurs. Ich gehe auf den Job irgendwo in den Bergen, lade alles aus, wollte alles ins Bandlein laden, weil man ist nur mit dem Bandlein zur Location gekommen. Und was ich merke, es ist keine Kamera dabei. Keine Kamera? Keine Kamera dabei. Gut. Ich habe einmal kurz Tour de Suisse gemacht, bin wieder nach Hause gefahren. Die Kollegen und die Leute haben mir entgegengekommen. Weil ich gewusst habe, ich muss ja dann wieder das letzte Band erwünschen. Es hat dann wirklich gelangt und es war super. Ich konnte natürlich gewisse Sachen nicht machen. Da hätte ich dann selber noch ein Iglu bauen wollen. Es war für Transa, als ich das gemacht habe. Schon lange her. Ja, so macht man seine Erfahrungen. Ja, aber so einen Fehler machst du nie mehr. Den machst du einmal. Das ist richtig. Aber gewisse Fehler, die macht man halt einfach mal. Das gehört doch heute dazu. Genau, das gehört dazu. Wichtig ist einfach immer, dass man aus dem Fehler heraus lernt und weiss, wie man es nachher machen kann. Bei Sinti Speicherkarten formatiert hat es noch Sternchen hinten dran und es ist gar nicht erklärt. Genau. Doch, irgendwo müsste es eigentlich erklärt sein. Oh, dann ist es da. Dann ist es Copy-Paste gewesen. Das heisst wahrscheinlich, bist du sicher, dass es nicht irgendwie noch viele Bilder gibt? Nein, natürlich. Bevor man es natürlich formatiert, ähm, Bilder auf den Kumpion laden. Okay, gut. Das ist richtig. Also, Checkly ist sicher ein gutes Thema. Das habe ich auch immer gebraucht für meine Reise, weil es einfach so viele Sachen gewesen sind, zum mitnehmen. Und, also, am besten wäre, wenn der Fotorucksack immer gepackt, kannst du irgendwo lagern. Aber du wirst auch unter dem Zwischentreise fotografieren, darum geht es nicht. Das ist richtig, genau. Und darum, ja, ist es entscheidend, eine gute Checkliste zu haben. Die auch zu brauchen. Es ist ja nichts Negatives. Du kannst ja auch profitieren. Du leihst irgendwo elektronisch ab. Ja, klar. Nein, also ich, ich bin froh, weil die Checkliste sind wichtig, oder? Ohne das geht es eigentlich gar nicht. Wieder ein Foto von dir. Quadratisch schwarz-weiss. Viel Vordergrund stelle ich immer fest. Genau. Also wenn ich jetzt zurückklettere. Ja, da nicht so, aber die erste, dem ersten sicher. Ja, da kommt ich auf das Motiv drauf. Und das weiß ich nicht, wo es ist. Dänemark. Genau, das ist Dänemark. Also das Bild gibt es auch noch anders, wo die Stecken und Schiffe unten ist und viel Himmel. Mhm. Genau, das machst du aber automatisch. Genau. Mal schauen, was funktioniert besser. Das ist richtig, aber ich habe das spannender gefunden. Ja. Ja, es ist ein wunderbares Land, sehr flach. Große Herausforderung, wie tut man weite, fotografisch darstellen. Wo es nicht viel rum ist. Genau, wo du nicht wirklich einen Vordergrund hast. Also das ist, ähm... Ja. Es ist nicht einfach, aber es ist spannend. In dem Fall ist das Boot stillgestanden, damit es das zweimal machen können mit langer Zeitbelicht. Ja, es ist so halb stillgestanden. Ich habe natürlich ganz viele Aufnahmen müssen machen, damit ich nachher ein Bild hatte, das sehr ruhig war. Und von der langen Zeitbelicht hast du, glaube ich, etwa zwei Minuten oder so. Oder so. Zu lange habe ich natürlich nicht dürfen, weil sonst wäre das Schiff extrem uncharf worden. Und es ist nur eine Aufnahme, ohne Bearbeit, ohne dass das Schiff kurz aufgenommen und rein montiert hast. Das ist korrekt. Ich bin One-Shot-Fotograf. Ja, das ist... Ich finde... Also das Bild bearbeiten maximal fünf Minuten und dann... Das ist schon viel, je nachdem was es ist, ja, ja. Genau, und dann soll es eigentlich gut sein. Also ich bin schon der Fotograf, der schaut, dass ich eigentlich dass die Aufnahme so gut wie möglich ist, dass man nachher möglichst wenig machen muss. Bin ich auch der Meinung, aber es hat viele Leute, die das irgendwie anders sehen. Entstärkt? Ist das Winter, das ist der Schnee oder ist das Sand? Das ist der Sand. Genau. Ich liebe solche Motive. Es gibt es bei uns halt zu selten. Man merkt, da haben wir kein Meer. Andererseits ist es einfach überall ein bisschen zu dicht besiedelt bei uns. Das ist richtig. Also es gibt schon einen Bodensee. Ja, das ist zu weit weg für mich. Das ist zwar eine volle Ausrede, aber ja. Es ist selten dort. Aber bei mir am Zugensee hat es weniger so. Das ist richtig. Zugensee hat es wenig. Du siehst immer einen anderen Ufer über. Am besten ist, wenn es Nebel hat. Einfach hinten dran weisen. Das ist richtig. Genau. Also das Wetter, das wir draussen haben, das liebe ich. Ja. Ich habe das Glück, ich wohne gleich am Bodensee. Okay. Also fast am Bodensee. Ja. Und ja, also ich finde es genial. Ja, für Langzeitbelichtung ist Wasser schon noch ein wichtiger Faktor. Weil du kannst eigentlich immer nur auf die Wolken hoffen. Weil wenn ich überlege, wie auf das Wetter, wie häufig hat es Wolken, die wirklich schön sind. Das ist sehr selten. Ja, das ist richtig. Also da muss man schon darauf achten. Ich bin jetzt aber auch dran, am überlegen. Langzeitbelichtung kannst du auch in der Stadt sehr gut machen. Ja. Mit Menschen. Ja, wo? Kann natürlich nicht zu lang sein. Also einfach so, dass es noch kurz und ein bisschen war? Ist das so? Genau, dass man es kurz und ein bisschen... Ja, eine halbe Sekunde, je nachdem. Eine halbe Sekunde ist fast eine Viertelsekunde. Mhm. Aber dass alle Menschen wirklich in Bewegung sind. Ja. Und die Häuser bleiben stehen, ja. Ja, das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung. Aber du kannst dafür dann immer in die Stadt gehen. Und wenn es dann vielleicht noch je nachdem wie das Wetter ist, ob es hell oder dunkel ist und der eigenen Zug gibt es dann schon noch mehr. Genau, gibt ja natürlich... Und dann je nach Ort, oder? Gewisse Orte stehen die Leute auch sehr lange. Ja, die siehst du dann, ja. Wenn man die siehst, oder? Und die anderen bewegen sich. Mhm. Genau. Du hast etwas gefunden im Vordergrund. Genau, das ist noch spannend in Dänemark. Es hat immer einfach stahlene Strände. Es hat immer so Steine, die ins Meer rausragen. Keine Ahnung warum. Ich hoffe, ich erfahre es dann dieses Jahr im Mai. Auf der Reise... Von einem Reiseleiter würde ich die Frage an Antwort erwarten. Nein, dort ist eine Reiseleiterin dabei, die Dänemark sehr gut kennt. Die wird mit Baumhler organisiert. Und ich hoffe, sie kann mir dann die entsprechende Antwort dazu geben. Aber der Himmel ist ganz krass. Ja, ist gegen Lichtsituation. Ja, sehr... Also ich finde es ein sehr schönes Bild, weil es einfach so viel... Also mit dem vorher hat es relativ wenig. Genau, da hat es keine Wolken. Keine Wolken und dann nicht so viel Kontrast. Es ist richtig. Ja, und da hat es viele dunkle Stellen, viele hellere Stellen und im Himmel auch so ein bisschen... Ja. Das ist krass. Ja, also... Bei dem Bild ist natürlich auch der glückliche Zufall gewesen, dass die Wolken eigentlich auf mich... Ja. Also der Zug ist richtig Fotograf, also richtig mich gewesen. Und ich sage jetzt mal nicht quer. Bei quer wird es natürlich anders. Das macht es natürlich auch noch recht viel spannender. So aus dem Zentrum muss man so entdecken. Genau, genau. Also wir haben jetzt da schöne Linienführung eigentlich, wo praktisch ins Zentrum geht, von den Steinen und von den Wolken. Es zieht einen so richtig ein. Ja, und die Unterhälfte ist statisch und die Oberhälfte oder der Doppel, Zweidrittel, das ist Bewegung. Genau. Sehr interessant. Dänemark. Ich bin noch nie... Also ich war schon in der Stadt aber noch nie auf dem Land. Also Kopenhagen muss auch sehr spannend sein. Kopenhagen ist gut, ja. Also ich bin eigentlich nur durchgefahren. Kann ich empfehlen. Motivau. Also es steht bei mir auf der Liste. Wer sind denn deine Kunden? Weil eigentlich... Ich bin der Meinung, einen Fotoreiz kannst du selber organisieren. Also warum kommen Kunden zu dir? Oder was für Kunden kommen zu dir? Sind sie vorwiegend Anfänger? Sind sie vorwiegend Alleinstehende? Oder irgendwie... Ich kann viele Leute treffen, die an Fotowalks gekommen sind oder an Workshops gekommen sind, weil sie sonst nicht fotografieren würden. Weil sie einfach keine Zeit oder keine Lust haben. Aber in der Gruppe ist die Motivation grösser. Also sie kommen auf einen Walk oder auf eine Reise, wie sie vielleicht etwas erleben wollen. Ja, also es ist sehr, sehr dumm von der Kundschaft her. Was ich sehr spannend finde. Das heisst, es gibt wirklich Leute... Also ich glaube, die Grundmotivation ist sicher, man hat Zeit zum Fotografieren. Wenn du mit einem Partner oder mit den Freunden unterwegs bist, dann heisst es einfach immer, wie lange geht es noch, wenn du kommst endlich. Ja, ist klar. Das funktioniert nicht. Oder sehr schlecht. Sehr selten. Es gibt ein paar, wo ich das schon gehört habe, dass es gut funktioniert. Ja, aber dann gehst du irgendwie nicht zusammen in die Vier. Dann macht der eine die Fotografie oder der andere macht irgendetwas anderes. Das kommt meistens dazu. Ja, oder gibt es etwas, das kombiniert werden kann. Klar, ein Tweetfotografie kann die Frau shoppen gehen, das geht ja noch. Am Strand kann sie vielleicht spazieren, das weiss ich. Aber auch dann, wenn du eine Stunde lang gleich ein Ort sein musst. Ja, das kommt natürlich darauf an. Wenn du jetzt, so wie ich, Langzeitberechtigungen mache, dann ist es natürlich unangenehm. Ja, ja. Das ist schon schwierig. Das Hobby, zu mit jemandem vereinbaren. Genau, aber es ist wirklich... Also ich habe Single, Pärchen, ich habe Familienväter, ich habe Familienmütter, die sich einfach wirklich sagen, hey, ich nehme jetzt einfach mal irgendwie vier Tage oder sechs Tage Zeit und mache etwas für mich. Und ja, dann gehen sie auf eine Fotireise und will sie einfach auch wissen, da sind sie mit Gleichgesinnten unterwegs. Also ich glaube, das ist schon... Auch der Austausch unter den Kunden finde ich immer wieder sehr spannend, weil es gibt immer wieder andere Sichtweisen, oder? Also es ist nicht nur meine Perspektive oder meine Sicht, sondern sie sehen dann auch die Sicht, von der anderen, also vor allem mit der Größe, wo wir Bilder besprechen dürfen. Ja, kann ich auch sagen, du musst Bilder anschauen, damit du ein bisschen siehst, was hat der andere am gleichen Ort gesehen. Genau. Und ich habe zum Beispiel einen Kurs, wo ich vorgebe, welches Motiv. Ja. Und dann schaue ich es nachher auch miteinander an und dann zeige ich auf, es gibt ganz viele verschiedene Perspektiven, dass man ja so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Inputs bekommt. Nicht nur von mir, sondern von der Teilnehmer. Stichwort Single, ist mir immer noch über den Kopf gegangen, entweder eine Single-Reise oder eine Single-Fotivoke. Es wäre ja interessant, wenn du jemanden kennenlernen würdest, der auch mit Fotografieren würde. Das ist richtig. Ist das schon mal ein Thema gewesen? Ja, das war schon mal ein Thema. Wir haben ja wirklich versucht, zu organisieren, mit Paarship zusammen. Ja, aber... Er hat leider nicht stark gefunden. Er hat zu wenig Anmeldungen. Also allgemein zu wenig oder zu wenig vermeintlich schlecht? Nein, zu wenig Anmeldungen. Allgemein? Ich weiss nicht, ob das Interesse nicht da gewesen ist. Ja, aber es gibt doch so viele Singles und... Ich weiss, keine Ahnung. Oder wir haben zu wenig Werbung gemacht. Ich weiss nicht. Ich weiss nicht. Und auch wegen selber Fotoreisen organisieren. Klar, man kann es immer selber organisieren. Also vor allem dort ist es eigentlich relativ einfach. Aber es gibt dann natürlich schon Möglichkeiten, wo du selber nicht hinkommst. z.B. in Hamburg. Dort haben wir für die Haferrundfahrt ein eigenes Schiff für uns. Weil sonst, wenn du geführte Haferrundfahrt hast, dann hast du unter Umständen noch einen Pech, einfach 70 andere Leute noch und du hast einfach deinen Platz und kannst dich nicht frei bewegen. Okay. Und wir haben wirklich ein Schiff für 70 bis 100 Leute. Und wir können uns frei bewegen. Okay. Kostet... Kostet natürlich etwas. Aber das Feedback, was ich bis jetzt von den Kunden zurückgekommen habe. Die sind alle happy gewesen. Mhm. Weil sie sich einfach frei haben bewegen können. Und ich muss auch sagen, ich habe zwei wirklich tolle Jungs gefunden in Hamburg, die mir die Haferrundfahrten machen. Einmal macht es einmal, andermal macht es der andere. Und das ist wirklich... Das ist echt cool. Ja, das ist schon ein Vorteil, wenn du regelmässig da bist und mit einer Gruppe und hast sicher ein paar Möglichkeiten mehr, die du kannst. Aber ja, das wächst natürlich auf den Preis aus. Aber ja, schlussendlich kommen wir schon sehr viel lieber für so einen Betrag. Klar, klar. Also, weil das ist natürlich einmalig so etwas. Also, wenn du privat gehst, machst du das nicht. Das stimmt. Aber wenn du in einer Gruppe bist, dann findest du eher mal noch, hey, das ist cool, komm, wir machen das. Dann ist das auch wirklich leistig. Wenn wir schon in Hamburg sind, sehr ein cooles Bild. Das ist... Vor allem, wo kommt man so nahe an die Kranen hin? Ja, also ehrlich gesagt, das ist aus dem Hotelzimmer, wo so Fotografie gehört. Und mit einem langen... Genau. Also, das ist jetzt nicht auf einer Fotoreise gewesen. Da bin ich an einem Geburtstagsfest gewesen. Von jemandem in Hamburg. Und im November. Und November ist halt Zeit vom Nebel in Hamburg. Ja. Meistens Nacht. Und ja, es ist halt super spannend mit leichter, kranen... ähm... Ist es aus meiner Sicht auch eine der spannenden Städte in Europa? Also, weil es einfach so relativ vielseitig ist und... Ja. Ja. Ich kenne halt Hamburg auch schon von klein auf. Ja. Weil wir Bekannte dort hatten oder sie sind natürlich wieder zurück. Mein Bruder hat lange in Kiel gelebt. Da war es natürlich auch immer wieder mal in Hamburg. Und ich kenne mich dort einfach sehr gut aus. Und habe auch Leute kennengelernt. Mit den einen bin ich eben freundet. Und das ist wirklich... Ja. Das ist dann auch echt auch lässig. Und es gibt auch viele Kollegen dort oben. Ja, ja, klar. Wo ich auch, wenn ich hier oben bin, wenn es geht, ich meine Zeit nehme, dass ich sie besuche. Ein Motiv, wo man kennt, Speicherstadt, aber nicht unbedingt in diesem Stil. Also so ein bisschen Licht... Ist das Licht überleuchtet oder ist es einfach... genau. Es ist Gegenlicht. Ich glaube, es ist sogar am Morgen gewesen. Und habe ich das sehr spannend gefunden mit dem Gegenlicht. Und habe es bewusst in diese Richtung gearbeitet, wie es jetzt da ist. Ja. Ich finde, es ist... Also eine Reduktion eigentlich auf die Häuser und die Ablenkung vom Himmel weg. habe ich mich Das kenne ich gar nicht. Es ist wie eine Stadionbeleuchtung, aber es sieht aus wie ein Weg. Ja, genau. Das ist relativ neu. Da haben sie auch lange gebaut. Das ist bei der Landungsbrücke. Stärke drauf. zwischen Baumwahl und Landungsbrücke. Da haben sie jetzt neu den ganzen Wald gemacht. Und es ist im Grunde noch hinten dran. Und links hinten auf der anderen Seite, man sieht dort noch ein Schiff. Ganz knapp. Aber es sieht halt ganz anders aus, die Nacht. Ich weiss schon, wo das ist. Genau. Ich habe es noch immer am Tag gesehen. Ich dachte, es ist noch cool, so oben runter mit dem Schatten von den Stegentritt und wenn er rauf oder runterläuft. Ja. Aber die Nacht, ich bin ja nicht so häufig die Nacht unterwegs. Den ganzen Tag unterwegs, zum Beispiel schlafst du die Nacht. Genau. Aber es ist sehr cool. Also wirklich, ich dachte, wow, was für ein cooles Bild. Natürlich würde es mich als Suite-Fotograf noch reizen, wenn es auf dem Weg rechts noch einen sehen würdest, stehen oder laufen oder sitzen. Ja, klar. Aber das ist natürlich mein Dings. Darauf bin ich dann natürlich auch der, wenn jetzt da jemand reinlaufen würde, kannst eine längere Verlichtungszeit oder auf den Stegen sitzen, dann würde ich unbedingt abdrücken. Also, weil es gibt ein anderes... Es gibt Leben drin, in einem Bild. Und das ist halt sehr statisch, sehr ruhig. Ja, aber es ist Architektur, das ist gut. Genau, Architektur. Aber es würde natürlich auch spannend mit einer Person drin sein. Ja. Ja, es ist... Also, ich finde es sehr cool mit den Lichtern. Also, es ist... Ich finde das fast eins von den besten Bildern. Ja, meine eigene Fotoreise. Wenn ich jetzt... Ich habe mich schon ein paar Mal überlegt, eine Reise zu machen. Du hast vor ein paar Anbietern angesprochen. Du hast häufig mit jemandem zusammenorganisieren. Oder auch zum Beispiel Baumannern schon erwähnt. Kein Paar-Ship ist mehr wegen dem Single. Genau. Aber das ist dann wieder... Also, du hast jemanden, der sich auskennt. Du hast auch wieder jemanden, der wahrscheinlich einen Teil der Einnahmen abdrücken muss. Das ist richtig. Ähm, Baumannern, das ist letztes Jahr entstanden, die Zusammenarbeit. Ich bin angefragt worden, ob ich für sie Fotoreisen durchführen möchte. Jawohl. Die haben natürlich den Nachteil, sie haben keinen Fotografen. Genau. Sie machen vor allem Wanderferien und Veloferien. Und jetzt eben neu auch. Also, es ist länger einmal Ferien. Und dann ist so klar gewesen, okay, Fotoreisen wären auch noch etwas. Und so ist die Zusammenarbeit entstanden. Da bin ich auch ganz froh. Also, zum Beispiel in Neuseeland tun sie alles organisieren. Also, da kann ich alles abgeben. Okay. Ähm, wir müssen auch vor Ort mit, äh, also wir haben dort eine grundlegende Firma, wie wir das sind. Weil sonst darfst du dort gar keine Fotoreisen durchführen. Ah. Also, Aussenstehende. Also, Aussenstehende. Also, auch sonst Reisen. Du brauchst irgendwie ein gewisses Zertifikat, damit du auch gewisse Nationalpark rein darfst. Jawohl. Jawohl, okay. Und das heisst jetzt, wir haben vor Ort eigentlich einen Fotograf, das Land kennt. Und, äh, Boris Baldinger geht als Begleitperson aus der Schweiz, also als fotografische Begleitperson. Für was braucht es denn den noch, wenn du lokal noch ein Fotograf bist? Also, nichts gegen den Boris. Aber, was ist denn, oder hast du einfach noch einen, der Schweizerdeutsch spricht, weil du Leute aus der Schweiz bringst? Genau. Es ist mehr, weil es gibt doch halt einfach immer Menschen, die kein Englisch hören. Ja, das stimmt. Das geht mir auch so. Also, ich will nicht von Hunger und nicht verdursten. Aber ich finde es dann doch angenehm, wenn du eine Begleitperson aus der Schweiz dabei hast. Ja, klar. Und der Boris, der macht das super, er bringt auch viel frischen Wind rein. Und ich denke, jetzt bei ihm ist das auch wirklich ganz gut, weil er ist jetzt nicht der klassische Landschaftsfotograf, sondern er schaut die Landschaft aus einer ganz anderen Sicht an und das finde ich spannend. Also, die Kombination, die wir jetzt da auf dieser Reise haben, eigentlich genial. Ja, denke ich auch. Eben, von dem her, du hast einen Reisepartner, der die Reise organisiert und du bist dann mehr so der fotografische Partner, der auch noch die Sprache redet. Genau. Macht natürlich Sinn. Wenn du alles selber machst, dann musst du einfach sehr, sehr viel organisieren. Also, sehr viel selber organisieren. Das ist richtig. Also, ich glaube, das ist auch natürlich der Grund, warum die Leute natürlich auf geführte Fotoreisen mitkommen. Es gibt ja eben die ganzen Wanderreisen. Es gibt ja die ganzen, ich sage jetzt mal Erlebnisreisen. dass die Leute im Grunde einfach sagen können, hey, ich will mich nicht im Vorfeld noch mit dem ganzen Zeug. Ja, der Mensch ist halt faul, der will einfach etwas Fertiges buchen. Ja, klar. Ich bin ehrlich, das bin ich auch. Ich würde zwar gerne organisieren und ein bisschen schauen und eine eigene Faust. Ja, das mache ich auch gerne. Aber das muss natürlich dir auch gegeben sein, so viel Aufwandsbetrieb. Das ist richtig. Also, du hast mehr Aufwand voraus zu organisieren, als nach der Reise ist. Und wenn jemand keine Zeit hat, dann kommt einfach eine Woche in die Ferien und dann ist das klar. Und wenn ich jetzt meine Finanzen hätte, dann gibt es ein paar Kollegen, wo ich unbedingt mal mitmöchte. Ja. Weil ich finde irgendwie, ja, dort würde ich unbedingt auch mal fotografieren. Aber ich habe jetzt nicht Ambitionen, dass ich sage, ich will jetzt alles vorher organisieren, sondern zwischendurch ist es einfach einmal schön, können mitgehen und geniessen und dich um nichts müssen kümmern, machen, sondern du kannst einfach einfach mitlaufen und es ist alles organisiert. Es ist organisiert, wenn das Essen ist, das Restaurant ist organisiert, der Transport ist organisiert, das Hotel ist organisiert. Du musst eigentlich einfach an den Treffpunkt anreisen. und deine Kamera mit der Checkliste mitnehmen. Und deine Kamera mit der Checkliste mitnehmen. Super. Ich finde, es gibt nichts Besseres, als wenn man alles selber organisieren muss. Ich mache es gerne, das ist, sonst würde ich es ja nicht machen. Ja, logisch, ja. Ich finde es spannend und, ja, ich bin dann auch gerne unterwegs mit den Leuten. Ein weites Bild, das mir in den Armen fällt, nicht quadratisch, nicht schwarz, weiss. Genau, ich habe auch gefunden, ich zeige mir noch etwas anderes. Ja, aber sehr schön, vor allem mit dem Nebel auf dem. Das ist nicht in der Schweizer Bild? Nein, das ist in den Tolomiten, also auf der Saiseralm. Und das ist etwa das vierte oder fünfte Mal, wo ich dort bin und ich es endlich so angetroffen habe, wie ich mir das immer gewünscht habe. Okay. Also ich habe es schon mal angetroffen mit den Nebeln. Das war auf der Reco-Reise gewesen, aber dort ist es nicht ganz so stark gewesen. Und es war auch im Juni und das ist jetzt im Oktober, wo ich nicht mitgerechnet habe, dass es so viele Nebel hatte. Da ist leider unterdessen der Nachteil, es hat noch 40 andere Fotografen dort. Aber so lange die hinter dir stehen, ist doch kein Problem. Ja, das Problem war, sie sind vorne dran gestanden. Ich habe da wirklich noch Glück gehabt, dass ich es so habe gestalten können. Schon über 40 Jahre drauf. Ja, also es ist wirklich... Es gibt unterdessen leider Locations. Vor allem mit den Dolomiten, wo du eigentlich wirklich nicht mehr bist. Ja, ich habe sehr viel über die Dolomiten gehört in letzter Zeit. Und das ist halt schon einer von den Orten, der sehr populär ist für verschiedene Arten Fotografie. Ja. Es ist aber auch schön. Schön, ja. Und das ist auch dort? Das ist links vom Standort. Das sieht man jetzt nicht. Das sind die drei Zähne. Ja. Und ich wollte einfach mal ausprobieren, wie das funktioniert, wenn man eine Langzeitbelichtung macht mit Sonnen drauf. Wie bringst du die Sonne hin? Und mit einem Stern. Und ich hatte das Glück, die Wolken relativ zügig gezogen. Dadurch ist die Belichtungszeit auch nicht ganz so lange. Also etwa zwei Minuten. Oder so. Aber du hast eigentlich zwei Minuten bevor die Sonne siehst und beleichtert, damit am Schluss, wenn sie raufkommt, kannst du… Das ist Untergang. Sonnenuntergang. Ah, okay. Genau. Also der Start ist einfach kurz, bevor sie… Ja, also musst du schon relativ genug früh anfangen, weil du machst eben mehrere Aufnahmen. Also die Sonne ist dann eine andere Aufnahme als der Rest? Nein, nein, die Sonne ist alles eine Aufnahme. Jawohl. Aber du fängst halt schon vorher an, weil die Sonne geht dann relativ schnell unten. Jetzt ist sie weg, ja. Damit du nachher die Möglichkeit hast, zum Entscheiden auch von der Wolkenformation, weil die Wolken sehen nicht immer gleich aus. Dass dort die Möglichkeit zum Entscheiden, welches Bild bekommst du nachher. Ich habe noch zwei andere, wo die Sonne weiter… Aber ist die Sonne nicht zu stark, wenn sie weiter oben ist? Ähm… Für zwei Minuten Belichtung? Ja, nein, durch den Graufelter. Du hast natürlich genau gleich Situationen, wie wenn du normal wirst abdrücken ohne Filter. Okay, ja. Die Gefahr ist, wenn du zu lange machst, dass die Sonne ein Ei wird. Ja, wenn sie sich natürlich bewegt. Genau, wenn sie sich bewegt. Aber meistens frisst sie um die Sonne sowieso aus. Aha. Und dann spielt eine ganze so eine Rügel und da ist jetzt einfach das Schöne die Strahlen. Dass die Strahlen war, ja. Wir sehen wieder zurück in den Quadrat, aber immer noch farbig. Genau. Vor allem krass, da hinten die ganze Wolkengruppe, wenn sie hinten dran sind, wie wenn sie dort ins Leeren rausging. Ja, das war der Hammer, was wir dort erleben durften. Ist das eine blaue Stunde? Das ist am Morgen früh, genau, blaue Stunde. Also die Sonne geht wirklich das sind die drei Zinnen. Es geht hinten die drei Zinnen aus. Es ist eigentlich, also dazwischen ist noch ein Tal und von der anderen Seite her fotografiert. Ja, sehr schön. Also da läuft man auch relativ weit. Ich würde sagen, nach dem Landschaftsfotografieren ist, du laufst schon relativ weit. Genau. Also da gibt es jetzt auch etwas dazu zu sagen. Also wir haben das erste Mal, wo ich dort gewesen bin, sind wirklich gelaufen. Wir waren eine anderthalb Stunden, fast zwei Stunden gelaufen. Und im zweiten Mal habe ich dann auch wirklich etwas gemacht, wo ich sagen muss, kann man machen, sollte man nicht unbedingt. Ich bin mit dem Auto hinterher gefahren, zu einem Fugio. Ich habe das aber vorher abklärt. Darf man, darf man nicht. Man bräuchte eigentlich eine Bewilligung. Ich habe dann gefunden, dass ich wirklich morgen um 5 Uhr sozusagen hinterher fahre, mache ich es einfach. Der kritische Punkt war das Zurückfahren. Das war dann um 11 Uhr. Und wenn dann irgendeiner von der Aufsicht oder so dort gestanden wäre, wäre es noch relativ teuer geworden. das ist ein relativ spontaner Entscheid. Darum habe ich nicht das gross abklären wegen einer Bewilligung. Das Jahr schaue ich, dass ich eine Bewilligung bekomme. Und wenn es geht, kommt immer darauf an, was es kostet. Und wenn es dann wirklich zu teuer ist, dann überlege ich, ob ich dann einfach noch mal ins Risiko eingehe und hindere. also zum Material transportieren oder zum Leuten transportieren. Es ist relativ lang. Man läuft fast dreiviertelstunde hinterher. Gerade. Und dann geht es noch mal eine Stunde drauf. Das zieht sich dann und dann musst du sonst wirklich morgen um 4 Uhr auslassen, dass du rechtzeitig dort bist. Aber haben das jeder dann 40 gemacht? Ja, also da ist noch das Glück. da ist niemand gewesen. Also da sind wirklich alleine gewesen. Das ist ein Ort, wo bis jetzt noch nicht ganz so bekannt ist. Okay. Ganz eine andere Frage, die ich immer den Leuten stelle. Wie hat die Fotografie dein Leben verändert? Wie hat die Fotografie mein Leben verändert? Ich denke, es hat sich sicher verändert. Was sich stark verändert hat, ich sehe vieles aus einer anderen Perspektiven. also, wenn irgendeine Auseinandersetzung ist oder auch mit den Teilnehmern, dann überlege ich mir immer, ja, meine Perspektive ist die, aber wie sieht die anderen Perspektiven aus? Mhm. Ich finde das spannend mit meiner eigenen Tochter und den Kind meiner Freundin, dass man halt gewisse Dinge immer aus einer anderen Perspektive anschauen soll. weil es gibt nicht diese Wahrheit oder diese Perspektive, sondern es gibt ganz viele Möglichkeiten. Mhm. Ja. Und das ist das, was mir sicher sehr viel hilft, dass ich gewisse Dinge anders anschauen kann. Und ich laufe natürlich mit ganz anderen Augen durch die Welt. Also mit offenen Augen. Ich bin auch ein Mensch, der sehr stark beobachtet tut. oder wo es Sachen sieht, die andere nicht sehen. Ich sehe unterdessen auch, weil ich mich miteinander sitze, feine Farbnuancen oder Lichtnuancen im Himmel. Also wenn sich der Himmel verändert oder das Licht. Ja, jetzt ist einfach der schöne hellgrau. Genau, mit Schnee. nicht weiss. Was aber auch sehr spannend kann sein. Im Schnee gibt es auch Unterschiede. Also das ist so etwas, was mich sicher auch verändert hat. Dass ich einfach eine ganz andere Sicht auf die Welt bekomme. Ja, genau. Also eine ganz andere Sicht auf die Welt bekommen habe. Oder einfach gewisse Sachen anders gesehen. Und mich auch immer wieder Gedanken machen, wenn gewisse Sachen gehörst, zu überlegen. Ist es jetzt wirklich das? Oder gibt es nicht noch eine andere Perspektive? Oder gibt es eine andere Möglichkeit? Und in der Regel ist es immer so. Ja, natürlich. Es gibt häufig sehr viele verschiedene Eins- und Graustufen oder Sichtweisen, Perspektiven. Genau. Wenn jetzt jemand eine Fotoreise machen möchte, dann einmal Checklisten abladen. Aber würdest du jetzt auch, wenn jetzt fünf Kollegen sagen, wir möchten noch hineinreisen, sind aber zu viel etwas organisiert. Könnte es zu dir kommen, würdest du etwas massgeschneidertes machen? Oder machst du nur deine? Selbstverständlich. Sehr gerne. Also ich hatte schon vier Jungs, die wollten unbedingt nach Hamburg und dann habe ich das für sie organisiert. Klar. Also das machen wir auch. Wenn eine Gruppe kommt und findet, wir wollen das und das machen, dann organisieren wir gut. Auf jeden Fall. Also massgeschneiderte Fotoreise bei Fotomundo. Genau. Und wenn ihr es selber machen wollt, dann könnt ihr es selber. Geht ihr mal beides erleben. Das ist vielleicht noch interessant. Unbedingt. Ich muss auch mal irgendwo, wenn ein Kollege auf einer Fotoreise mitgehen, einfach mal schauen, wie das ist. Ich kann es noch nie. Gehe mit dem Jens nach New York. Ja gut. Ich habe noch einen Kollegen auf Mallorca gehen, von Deutsch, von Hamburg aus. Das möchte ich mal machen. Einfach so ein bisschen mitlaufen und ein bisschen mithelfen, aber nicht zu viel Verantwortung übernehmen, sondern einfach so ein bisschen als ... Ja, du, können wir gerne anschauen. Ich habe jetzt den Bad wieder eine Menge Zeit. Sehr gut. Vielen Dank. Ja, ich danke dir. Und gute Reise. Thomas, danke vielmals. Danke. Tschüss zusammen. Tschau miteinander. Tschüss.